So Leute, bevor wieder jahrelang nichts kommt, werde ich jetzt einfach mal wieder ein Video für Dings machen. Steel Ocean. Und zwar mit der Kawachi. So. Beginnen, ich hoffe, ich komme schnell hin runter. Ich hoffe es wirklich. Ach, das kostet Geld, 1.80. Geld, um das wieder zu bekommen. 15 VIP-Battles kann ich noch durchführen. 1. Projet of 180 days VIP will award the following items. Okay. Mhm. Hm. Nee. Okay, keine Ahnung. Das ist dumm, dass man hier nicht rausgehen kann. Was gibt es denn so für News? Äh, nein. Oh, es beginnt. Nice. Wir haben eine Helgoland, eine Florida, eine Omaha. Eine A-Klasse, eine T-22, eine Mutsuki, eine Faragut, eine Helgoland, ja. Und eine Burg. Also Burg, das ist, soweit ich weiß, war das ein, ja. Das ist ein Flugzeugträger. Ich glaube von den Amis. Das ist ein Flugzeugträger. Stimmt, hier musste man eher A drücken, um Gas zu geben. Die Omaha. Was geht? Die hat riecht, also sieht irgendwie richtig witzig aus mit den ganzen Fäden. Habe ich nicht so viel. Ich habe nicht so viele Fäden. Haha. Schönes Bild mit Flugzeugen. Mit dem Flugzeugträger. Ja, das ist doch ein geiles Bild. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Torpedo. Flugzeug mit Torpedos sind gestartet. Hm, was machen wir jetzt? Ist die Frage. Ich würde sagen, wir gucken erst mal unten auf unser Schiff drauf. Das sieht richtig nice irgendwie aus. Alter, die Musik von Steel Außen finde ich schon episch. Also, finde ich eigentlich genauso episch wie die von... Wie das aussieht, das sieht so geil aus. Und auch der Sonnenuntergang, den haben sie richtig geil gestaltet. Gestalten. So. So. Jetzt drehe ich das Schiff. Drehen. Irgendwie wird auf uns schon geschossen, kann das sein? Verdammt. Alter, nicht einmal getroffen. Wirst du mich verraschen. Verdammt, wir sind gerade richtig misselig hier. Das hat uns hart erwischt. Ja. Macht einen Teamkill. Wenn ihr wollt. Alter. Das kannst du mir nicht antun. Oh, die Florida hat mich richtig gefrackt. Mein schönes Schiff. Mein schönes Schiff. Meine schöne Kawachi. Jetzt sind sie auf dem Boden. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ja. Ja. Wir könnten wieder verlieren. Der ist, denke ich, nicht so unwichtig. Warum habe ich eigentlich keinen Kill? Ach, ich habe doch einen Kill dafür bekommen. Ich dachte schon, ich hätte keinen Kill dafür bekommen. Es wäre dumm gewesen. Oh, ja. Wuhu. Alter. Das hat nichts gebracht. Müsst mich verarschen. Oh, komm. Na, endlich. Oh, leider kein Assist. Ach, der ist genau geschützt. Der weiß ganz genau, dass mein Geschütz hier nicht treffen kann, oder? Er weicht aus. Ist der... Weißt der ganz genau, was ich für machen will? Okay, ich müsste mal ein bisschen genauer zielen. Ist klar. Nein, endlich. Du küsst mich bestimmt nicht. Mit den Torpedos. Ja, jetzt hängst du auf dem Grund des Meeres. Ja, komm. Die Torpedos sind hier schon Kilometer weit weg. Und wenn ich Battleship spiele, denke ich immer, ich bin richtig knapp dran. Mit Siegen und sowas. Hm. Und es steht mal wieder 5 zu 5. Unsere Königsberg trennt. Geil. Oh, wir haben die Florida versenkt. Das ist doch schön. Ach, alle da hinten. Da kann ich aber nicht hinschießen. Entweder... Ja, es ist zu weit weg. Entweder es ist aus meiner... Es ist hinter dem Berg. Oder es ist zu weit weg. Und das war die Florida bestimmt, die gerade geschossen hat. Kann das sein? Ich glaube. 100% die Florida. Komm, trau dich in meinen Radius. Ich warte schon auf dich. Ich warte schon auf dich. Oh, das war ja gar nichts. Die Schütze der Kawachi sind echt grottisch. Problem, die sind... Die... Das ist zu weit weg. Die kann ich nicht erwischen mit denen. Alter, die wollte den Ram. Also der wollte die Ram. Das Schiff tut mir sowas von leid. Wenigstens habe ich das... Wenigstens ist es jetzt tot. Das ist so gut. Ah, ist zu schnell. Und schon ist es weg. Ja, aber das war knapp. Ach, die sind alle so weit weg. Aber ich habe auch keinen Bock, mich da hinterzutrauen. Weil ich weiß, was das ausrichten wird. Nichts. Das ist mal wieder aus meiner Reichweite raus. Geil. Oh, das könnte... Ja, nein, das wird nichts. Ach, ganz knapp. Ein bisschen mehr, dann wäre es etwas Ernstes gewesen. Ich frage mich, damit kann man glaube ich nicht so gut Schaden machen. Ah, das war zu gut. Gut, ich habe sie ernsthaft verletzt, aber es steht immer noch knapp. Meine Geschütze brauchen 16 Sekunden noch zum Nachladen. Oh Gott. Ja, schießen wir mal hier. Das Schiff könnte ganz knapp... Das waren meine Schüssel, die dann nebengingen, oder? Verdammt. Verdammt. 21 Sekunden. Sie sind außer... Ach, er ist außerhalb meiner Reichweite. Ich könnte natürlich probieren, aber ich glaube, das wird nichts. Hm. Maybe. Eintreffer können das gewesen sein. Come on. Boom. Ja, nice. Einer weniger. Da hinten ist die Florida. Fuck. Ich bin noch in ihrer Reichweite. Oh, wir haben gewonnen. Nice. Miese. Ah. Shane. Gut. Dann soll es das für diese Episode gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Standardspruch. So. Und jetzt. Das war die Katschi. Bis später.